Nein! Ah! Wo ist das? Mein Gott! Es springt mich an! Nein! Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Alien Trilogie. Ja, ich hab nachgedacht. Ich hab gedacht, erstmal lasse ich die Musik raus. Den Schockfaktor ein bisschen zu erhöhen. Und zum anderen... Ja, dass ich... Ach, da kommen sie schon. What the fuck? Ey, dass das hier auch so viel aushält. Ja, wir versuchen nochmal das Level hier zu machen. Ich hab's letztes Mal ja nicht gemeistert. Ich hab ja ziemlich kläglich gescheitert. Bin ich so, halt und so. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir versuchen es einfach so lange, bis wir es endlich geschafft haben. Äh, irgendwann wird's schon klappen. Ich bin da sehr optimistisch. Zumindest im Ansatz. Da kommt was. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Dornen sind Eier. Seht ihr das? Oh mein Gott. Eier. Sie werden schlüpfen und uns auffressen. Ähm. Nein, werden sie nicht. Nicht, wenn wir die Feuer stoppen. Was wir selbstverständlich können. Oh, diese behindert Macker, ne? Die geht nur so auf den Sack. Stirb. Oh, das... Hä? Warum bin ich gerade nochmal zurückgefallen? Oh mein Gott. Äh. Ehrlich gesagt, mache ich dieses Level ganz schön fertig. Seelisch wie, äh, mental. Da hin ist er. Ich sag ja, da ist er. Stirb. Oh, stirb doch einfach. Oh mein Gott. Oh. Alter. So. Jetzt beginnt, äh, der eigentliche Spaß. Hier können wir jetzt irgendwo runterfahren. Ich glaub, hier war das. Alter, wo kommen die ganzen Viecher her? What the fuck? Äh. Ich hab's ge... Oh mein Gott. Sobald ich den Hebel betätige, kommen die Viecher. Machen's einfach ganz einfach. Ich werd zurückrennen. Und dann ne Granate schmeißen. Oh mein Gott. Warum schmeiß ich so viele Granaten? Boah. Sobald so ein Viecher auftaucht, kriegt man echt einen Schock fürs Leben. Das ist unheimlich eklig. In normalen Gegend. Egal. Wir haben's geschafft. Fürs Erste. Sind wir bereit, weiterzugehen? Da lang. Äh, ja. Oh Gott. Da kommt jetzt noch ein Vieh unten. Ich weiß es. Ich fühle es. Ich fühle es nicht. Ich weiß es einfach. Wir haben's schon oft genug gesehen als blöde Vieh. Treffer. Yay. Über den Kopf rübergeschmissen und trotzdem erwischt. Das nenne ich mal Skill. So, jetzt sind die Viecher da oben drauf. Da zum Beispiel. Ah, war klar. Komm runter. Komm runter da. Ey. Ah, verbrennt. Verbrennt. Stirb. Oh mein Gott. Ah. Warum ist da schon wieder was hinter mir? Geh auf. Ich töte dich. Geh auf. Oh, geh das nicht auf. Mein Gott. Hä, hä, hä. Hä, wo ist denn das andere Vieh? Hier waren noch zwei. Einmal eins links und einmal eins rechts. Komisch. Okay. Weiter geht's. Jetzt die Eier zerstören. Kennen wir schon. Bäm. 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 Tot. Noch eine Eier. Yay. Da ist auch schon wieder so ein Skorpionvieh. Es lauert nur so. Guck euch das an. Dreckige Scheißvieh. Stirb. Ätzend wird's jetzt hier mit den blühen Aliens da unten. Wir können's auch nicht vorher erwischen, ne? Wenn ich da eine Granate runterschmeiße. Man sollte auch schon Waffe wechseln. Treff ich das hier überhaupt nicht, ne? Erwischt. Oh mein Gott. Nein, das war Fail. Okay. Okay. Einmal funktioniert, zweimal nicht. Äh, gut zu wissen. So. Kaputt. 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 Und Kaputt. So. Weiter geht's. Gegen die Aliens. In der Alien-Trilogie. So. Da kommt schon das Erste. Ah. Verdammte Kacke. Stirb. Hallo. Stirb's nun mal. Alter Späde. What the fuck. So. Die anderen Viecher warten da schon. Da kommt schon das Nächste. Wir rennen natürlich wieder nach oben. Wenn wir's schaffen, rechtzeitig. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Oh, jetzt stirb. Alter Späde. Oh mein Gott, Leute. Ihr glaubt nicht, was das für ein Gefühl ist, hier an den Viechern, gegen die Viecher zu kämpfen. Und dann zu versuchen zu überleben. Das ist unglaublich. Guck mal, da steht schon das Nächste Vieh parat. So. Nein, verfehlt. Verdammt. So, komm her. Stirb, stirb. Oh mein Gott. Stirb. Oh mein Gott. Wie viele kommt denn noch von den Viechern? Oh. Nein. Ah. Oh mein Gott. Leck mich am Arsch. Krasse Scheiße. Stirb. Oh mein Gott. Ich hab meine Granaten schon wieder verballert. Ob das so clever war. So, wenn wir da nach links gehen, dann kommt da der komische Schnellmaschinengewehr-Fuzzi. Und der tötet und so fort. Da sind wir das letzte Mal noch nicht lang gegangen. Deshalb will ich dieses Mal zuerst da lang gehen. Um zu gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielleicht, äh, ist da ja schon das Ende des Levels. Träumen darf man ja. What the fuck? What the fuck? Oh mein Gott. Wir sind vorbei. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt's drauf an, was als nächstes kommt. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ah ja, der Typ hinter mir, der mit dem Schnellmaschinengewehr... Ich will nur noch durch das Level durch. Oh, da steht schon wieder so ein Vieh. Stirb. Verbrenne! Oh, verbrenn. Burn like fire, man. Burn like fire. Ring um die Eier. Okay. Tut mir leid, Leute, dass ich so ruhig bin. Aber ich bin echt höchst konzentriert gerade. Dass ich nicht schon wieder drauf... Down gehe. Ah! Was aber schnell passieren kann. Ich hab keine... Oh nein, ich hab keinen Flammenwerfer mehr. Was war das? Hier, du Scheiße. Och, komm, neck mich am Arsch. Nur Luft anhalten, die ganze Zeit. Oh mein Gott. Oh, wir haben's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das ist mir so egal, dass ich so wenig nur geschafft hab. Oh mein Gott. Hauptsache, wir haben das Level geschafft. Safe Game. Yes. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schalte natürlich wieder ein, wenn es heißt Let's Play Alien Trilogie. Haus rein, schau zu sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku. Tschüss. ... ... ...